Okay. Nee, weil ich bin One-Hit. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du mich killen wirst. Ich glaub, jeder ist One-Hit. Ja, du hast den! Touchdown! Ich hab's genau gefilmt! Wow, ich hab's auch gefilmt, ey. Hammer nice. Ey, du bist voll der Pro-Sniper, ey. Ohne Scheiß. Wenn wir nochmal ein Team machen, dann bist du der Sniper, Junge. Wir waren am gestrigen Sonntag auf dem MyPlayPlanet-Server unterwegs und haben dort ein kleines Community-Event veranstaltet. Das Event war von unserer Seite nur auf Facebook angekündigt worden, da der Server noch in der Testphase ist und wir es dementsprechend etwas klein halten wollten. Nachdem der Server von einem Creeper angegriffen wurde, konnte es endlich losgehen. Links zu den Teilnehmern aus unserem Team findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Hey, da hinten ist die Tür zu! Lass uns in die Schlacht ziehen! Ich komme! Um die Gerechtigkeit! Und wir kämpfen jetzt gegen die, äh... Ja, hier ist alles irgendwie... Alex, das war mal knapp, ey! Lasst uns dem Sieg entgegenreiten! Wie wir alle nach oben gehen. Alex, gehen wir ganz nach oben, ja, ne? Geht noch einer mit an den Shot wegen der Luft? Ha, ich kenne mich grad unserem eigenen Wogeher nicht aus. Hihihi! Aber wir waren auch schon ewig nimmer drin, Alex, ne? Alter, ich kenne mich besser aus wie ja, das geht's ja nicht. Ja, ja, wir waren ewig nimmer da. Okay, ich bin auf Position. Gut, ich geh auf die andere Seite. David, David, komm mal mit am besten. Dass wir hier, äh, das bis knacken lassen. Ich puste unsere Kanone mal durch hier. Ah, hey, endlich, ich bin schon da, ne? Bin auf der Linken. Wir schießen da gleichzeitig. Das würde so ein Ultra-Lag geben, aber das ist ultra-geil. Oh, fuck. Okay, das war ein Ultra-Lag, aber das ist ultra-geil. Das ist Gorn und das? Die ersten Schüsse fallen schon. Oh, Leute, ich bin hier voll... Was? Arena gesperrt? CCF? Ja, die Arena gesperrt. Das ist ja Ulkig. Arena gesperrt? Dash WGK, Arena... ...open. Alter, ich kann nur noch keinen Schaden, oder was? Los, weiterschießen. Ja, ja, mach ruhig weiter. Ähm... Er hat gesagt, ich kenn mich auch gar nicht mehr aus, ne? Ento, kann das sein? Loll, wie viele sind denn die eigentlich... Ja, du weißt... Und... Also... Warum hast du gesagt nicht? Warum hast du gesagt nicht? Alex, hast du die durchgepustet zuerst, oder was? Ey... Ja, ja, ich hab die... Weil ich hab meine nicht durchgepustet und ist alles in die Luft gegangen. Da drüben. Ja, du bist halt... Ich hab meine auch durchgepustet. Du bist der Tal... Du bist der Mega... Na und? Ey, ich wurde getroffen. Ey, ich wurde getroffen. Das ganze Decke ist im Arsch. Äh, nein! Alex, was ist denn da passiert? Ohhhh... Ich weiß halt, ich wurde getroffen. Die Kanone war defekt. Ohhhh... Die Kanone war defekt. Ich hab ein Herz. Ich habe ein Herz. Ja, aber... Alex, wie bist denn du? Ich bin ja auch noch, wo du eben warst, ey. Ich hab jetzt gerade... Ja, ja, ich bin beim... Ich bin beim David. Ich bin bei dem David. David. Oh Gott, David. Also, man muss... Wir sind in einem... Wir sind in einem total zerstörten Wargier. Also, Alex, man... Wir werden irgendwie überleben. Alex, man muss auch irgendwie sagen, ne? Ich war so, äh... Gehen wir ein bisschen runter, ja. Gehen wir runter, ja? Gehen wir runter, oder? Fuh! Everybody was Kon-Fu-Fighting. Ganze Verkleidung rennt weg. Leute, wer kommt sich hier und mit TT runter, im Ernst? Also, irgendwie war das volles Pech bei mir heute. Heute ist es nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Da hast du gar keine Chance. Du bist immer gestorben, Mentor, ne? Du bist einfach... Tja, und weißt du auch, wie das war? Wir haben jetzt vier Fights gemacht, ne? Beim ersten Fight war es die Kanone, beim zweiten Fight war es die Kanone, beim dritten Fight bin ich ja mal regulär gestorben, und beim vierten Fight war es auch die Kanone. So, Punkt. So ist das. Also, du... Weil du dich durchgepuselt hast. War es einfach meine Slipers. Ja, ja... Ne, ne, Alex, hier gerade... Ne, Alex, aber hier gerade, ich war bei dir. Das war deine Kanone. Du hast sie durchgepuselt, hast du gesagt. Gerade. Ja, aber es war... Die ging kaputt, die ging kaputt durch den Gegner. Die wurde durch den Gegner gezündet, nicht durch mich. Ach so. Ich bin dann gerade noch abgehauen. Ja, ich war gerade am Laden und plötzlich wurde TNT... Ja, ich hab's, ich hab's gesehen, aber du hast es früher gesehen als ich. Ich, ich... Ja, dumm gelaufen. Ja, Alex, du weißt ja, mein... Ich war direkt neben dir, ne, und meine wurde auch noch direkt getroffen. Shadow Beast! Jetzt sah du auch noch die... Ah, deswegen wär ich fast... Ich muss mir jetzt mal angucken, wie's hier aussieht. Matze! Weniger Delay, Matze mit. Man muss ja sagen, ne, das Vogue V6 sieht schlimm aus, aber das ist noch ein wirklich gutem Zustand, ne, wenn man sich das da anschaut. Das ist nur optisch hier. Also Leute, ne, Leute, das Vogue V6 ist nur optisch kaputt, da müsste eigentlich alles noch funktionieren, Alex. Nein! Deswegen versteh ich auch nicht. Das obere Deck ist total zerstört. Ja, dann waren das interne... Da waren das aber, Alex... Da waren das interne Explosionen hier. Das... Ja, das ist halt... Ich checke... Ich checke die... Also das ist auch was, äh... Das ist auch was, was man im nächsten Event dann... Im richtigen Event besser machen kann. Ähm, dass da keine Bugs so drin sind, ne? Das ist ein... Ein Problem. Ja, aber die... Die lassen sich nicht vermeiden, deswegen musst du die Kanone durchpusten am Anfang. Haben das gesagt oder... Ja, aber Alex, ich bin doch nicht deswegen gestorben. Hast du Tomaten auf den Ohren oder was? Was ist... Was läuft? Ich bin... Ich bin gestorben, Alex, ich bin an der Kanone gestorben, die, wie du gesagt hast, durch den Gegner kaputt gemacht wurde und so war das nicht. Da läuft die Leute auf... Ja, aber da... Das war ja kein Fehler dann. Ja. Leute, ich brauche Verstärkung auf dem Dach. Ich brauche Verstärkung auf dem Dach. Okay. Falls die... Falls die jetzt mit den Luftkanonen kommen. War der Ansatz, was du umgestellt hast. Oder ihr habt's... Wo ist denn... Ja, wo ist denn... Wo kann denn hier denn das normale Delay verstellen? Geht das überhaupt? Hier oben. Hier oben. Oh leu. Was gut ist... Ich kann jetzt hier mal zuschauen, was die so ein bisschen hier treiben, ne? Alles klar, danke. So. Mach's. So. Weniger Delay, sagst du. Hab's schon gemacht, hab's schon gemacht, hab's schon gemacht. Dann... Also nur bei der 1. Ah! Der Alex lag hier vor sich hin, ne? Tätig. Schieß so weiter. Schieß so weiter. Schieß so weiter. Okay. Ah, da ist jetzt der Alarm an. Ich muss mal gucken, was das... Also, äh... Leute, ne? Ihr solltet vielleicht irgendwie die... Also ihr solltet vielleicht die rechte untere Kanone besetzen, ne? Weil die haben da noch eine Kanone, die funktioniert. Die untere Rechte. Wie weit kriegt man denn hier Schaden? Da ist... Irgendjemand ist da in der Nähe. Wer ist das denn? Du hast dich schon zerstört. Ah, die ist schon kaputt. Ja, da habt ihr ein Problem halt, ne? Ah, haha. Aber die haben auch nur noch eine Kanone... Eine... Ne, die haben zwei Kanonen. Oh, einer, der da grad geschossen hat. Wer hat von euch geschossen? Ja. Lupf ist tot. Schieß mal weiter. Ich hab' gerade geschossen. Genau, du hast... Du hast fast einen gekillt von denen, ne? Ja. Ey, bin ich wenig? Ich hab' zwar selber nur noch ein Herz, aber... YOLO. Ja, ich auch. YOLO. Ich hab' auch nur noch ein Herz. Ich hab' auch nur noch ein Herz. YOLO, alter, YOLO. Ja, ey. Aber super, Ton. Alex, macht so sicherlich auch nur noch ein Herz. Also, man muss sagen, ne? Die haben irgendwie... Also, Leute, die haben irgendwie noch kein einziges Mal geschossen, ne? Die haben keinen Schaden gemacht bei uns. Ja, die gammeln hier alle... LOL! Von was bin ich... Also, alles, was im Vogue V6 kaputt ist, ist irgendwie durch Kopier-Bugs entstanden dann, ne? Weil man sieht's hier, hier geht gar nichts mehr. Und... Das war, Alex, Alex, das war bei deiner Kanone, war das auch so, ne? Wo ich gestorben bin. Das, äh... Du hast das TNT gesetzt und das wurde gezündet automatisch. Und da war keine dritte Hand im Spiel, ne? Weil wenn du dir das anguckst vorne... Du kannst dir das nicht angucken, aber ich seh's von vorne. Aber das kann ja jetzt sein, das kann ja jetzt sein. Alter, die Gegner haben aber eigentlich kein einziges Mal geschossen oder so was. Ich weiß das Problem, aber das ist irgendwie... Das einzige, was... Wahrscheinlich ist es ein Kopier... Ein Kopier-Bug. Was ist denn... Ey, warte mal, Leute. Irgendwas ist wirklich rot falsch, ne? Ja, die machen... Die könnten... Die machen keinen Schaden. Also, ähm... Ja, aber guck mal, ihre ganzen Kanonen sind zerstört. Wie wollen die denn noch irgendwas critten? Ja, schau mal, die haben aber nicht einmal geschossen. Das einzige, was die zerstört haben, ist die Wolle. Mit den Dispenzern. Die haben nichts... Die haben null Schaden gemacht. Auf dem Dach könnt ihr die befeuern. Ich befeuere die grad. Ja, schieß weiter, Alex. Sehr gut. Boah, bin ich mit Müll oder so? Nice. Lol. Ja, der steht da am Rand unten. Der steht direkt an der Grenze, ne, Alex? Hau drauf auf den. Ich feuer. Jetzt will er sich dann eine Leiter hochbauen. Am Dispenzer. Ähm... Lass es, lass es... Bisschen länger, bisschen länger. Das ist genug, so Shadow. Das war von der Länge her gut, aber... Also, äh... Oh, das ist knapp, Alex. Ganz knapp war das. Da oben ist noch einer. Steady. Oh, der, der grad geschossen hat, der hat gut geschossen. Das ist, äh... Ah, hi, Alex. Krass, das ist... Ja, ich hab ihn getroffen. Warte, ich treff ihn auch gleich noch. Ich hab ihn getroffen. Alter, ich wollte er sich zu. Ey, dieser Bega, ne? Schade. Soll ich das Eis kalt wegreißen, jetzt von ihm? Ja, Mann. Hey, ihr belädt jemand ab. Nein, ich kann das nicht. Oh, fuck. Ah, das... Das seid ihr, ne? Hier. Links! Links, Alex! Links! Aus! Jetzt, dann schieß doch den einen hier! Ja! Los, David! Hol ihn dir! Schieß! Ja, ich versuch's, aber ich hab nur ein Herz! Hol ihn dir Tiger! Ich hab ihn gerade seine Deckung weggerissen, ey! Ich brauch Verstärkung auf dem Dach. Ich wiederhole, ich brauch Verstärkung auf dem Dach. Haha, David, du hast aber auch Glück, ey! Ja, ja, da kann ich nicht sagen, warum sind die eigentlich? Ja, ey, das ist... Oh, du hast getroffen, David! Du hast getroffen, David! Ich hab ihn getroffen! Aha! Haha! Das ist der Minecrafter 0505! Okay! Ne, weil ich bin One-Hit! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du mich killen wirst! Ich glaub, jeder ist One-Hit! Ja! Du hast den! Touchdown! Ich hab's getroffen! Wow, ich hab's auch gefilmt, ey! Hammer nice! Ey, du bist voll der Pro-Sniper, ey! Ohne Scheiß! Wenn wir nochmal ein Team machen, dann bist du der Sniper, Junge! Junge, Junge! Hahaha! Oh, lol! Aber die hatten anscheinend auch Pro- Ey, aber Leute, die hatten anscheinend auch Probleme, ne? Weil irgendwie bei uns ist alles um die Luft geflogen und bei denen auch, ne? Da unten sind zwei! 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 Ja, das ist wie in der EC mit anderen Spielern! Das sind drei! Das sind drei! 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 Feuer frei! Oh, ey, nein! Komm! Das ist unfair! Komm, 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 Matze! Ey, Matze, das ist sauassi! Das ist wirklich assi! Nicht creepen! Matze, du assi! Ja, Matze, ey! Da creept ihr einfach mal alles weg! Ja, Matze! Schäm dich! Ja, aber Matze, jetzt brauchst du wiederum zu viel, ne? Das ist so, so viel war da jetzt auch nicht! Ja! Ey, ihr müsstet da, ey, ey, ihr habt noch, ihr habt noch ne Kanone! Ich glaub, der David hat vorhin damit geschossen, die müsst ihr benutzen, dann killt ihr die da unten! Also, das müsste die untere, mittlere Kanone sein, da unten, die geht auch noch! Warte, ich kletter runter! Irgendjemand bläht die grad, der Shadow Beast, genau, Shadow Beast! Du musst, mit der musst du richtig reinknallen bei denen! Es leben nur noch zwei! Es leben nur noch zwei Leute! Ja! Ey, jemand hat die zugebaut, ohne Scheiß! Hopp, ich hab's gesehen! Alter! Jemand, eh, jemand hat die zugebaut! Du hast zugebaut, die Kanone? Unsere Kanone, ja, da waren Blöcke davor! Ich glaub, die waren nämlich alle zu, weil man, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich hatte da vorgehend Feuermodus! Schieß nochmal mit der, mit der Shotgun! Einmal noch, dann sind die beide tot! Ne, 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 David, David, da war nur ein Block vorne dran gesetzt! Ein Reds, äh, ein, ähm, ein Endstone-Block war vorne dran! Ja, ich hab's auch gesehen, aber ich glaube, das kam alles vom Gucken! Und vom, vom, vom Pasten! Ja, das kann sein, natürlich! Komm auf den Knopf, Shadow Beast! Jetzt aber nochmal, wenn ich das anschauen müsste! Es, es sind, es sind auch, ich, ich, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, es sind auch, ähm, es sind auch zu viele Fehler drin, deshalb würde ich sagen, das ist, lohnt sich nicht, dann nochmal einen neuen Fall zu machen, weil das muss man, man muss jetzt erstmal schauen im Nachhinein in die Bilanz ziehen und... Ja, mich schreibt gerade dieser Tiaden an, dass sie zu keiner einzigen Kanone kamen und überhaupt nicht... Ja, ja, das, wie gesagt, die Probleme hatten wir und die hatten die Probleme auch, weil, das ist, äh, kann ja nicht... Ja, es ging nicht, die konnten nicht, weil sie in die Area nicht joinen konnten oder sowas! Was?! Wir kamen, wir kamen zu keiner einzigen Kanone, ja! Ah, die konnten den, ach so! Die Arena war gesperrt für die oder was, deswegen waren die da... Irgendwie sowas, ja! Oh, das war blöd, das war doof! Ach, ja genau, Freund! Wir machen das nochmal mit dem Team! Wir machen das nochmal mit dem Team! Wir machen das nochmal mit dem Team! Ja, wir machen das nochmal mit dem Team!